Hallo, ich bin Nico von der Kunstschmiede und das ist der Kunstverkaufen-Podcast mit Episode 273, dem Kunstmarketing-Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du dich ehrlich vermarktest und deine Kunst direkt und ohne Umwege an deinen Traumkunden verkaufst. Und in der heutigen Episode des Kunstverkaufen-Podcasts erfährst du, wie es weitergeht beim Organisieren deiner schnellen Ausstellung, die dir hoffentlich Reichweite und auch hochwertiges Werbematerial bescheren wird, gemäß dem Fall, dass der Kontakt nicht schon zu Beginn einfriert. Das hatten wir auch schon letzte Woche auch schon angesprochen, in der letzten Episode. Denn jeder wird früher oder später mal auf so eine Situation treffen. Alles läuft super im Kennenlerngespräch, die Abmachungen wurden so gesehen schon getroffen. Du hast einen Gesprächszusammenschnitt meinetwegen schon zusammengestellt und mit allen wichtigen Vereinbarungen auch per E-Mail rausgesendet und bittest jetzt um Bestätigung, damit es endlich losgehen kann. Ja, dieser Startzeitpunkt kann bedeuten, also wenn du dich auf einen Startzeitpunkt beispielsweise auch absprechen möchtest, kann bedeuten, dass man zu dem Zeitpunkt die Kunstwerke zum Probehängen vorbeibringt. Das kann bedeuten, dass man sie gleich anbringt. Es kann aber auch bedeuten, dass du gleich mit Kunst, Flyern, Aufstellern und Kameramann vorbeikommen sollst. Also je nachdem, was du vorher vereinbart hast, ist jetzt dieser Zeitpunkt natürlich wichtig. Je nachdem, was ihr besprochen habt, ist es nun auch wichtig, diesen Zeitpunkt so klar wie möglich auch zeitlich zu vereinbaren, damit du auch alle weiteren Schritte auch vorbereiten kannst. Vor allem ist das wichtig, wenn du später mehrere Veranstaltungen parallel organisieren solltest, dann so den Überblick zu behalten. Ja, sonst wird das alles sehr, sehr schwammig und man hat da keine klaren Punkte, an denen man sich orientieren kann. Wie gesagt, eine Ausstellung pro Monat, eine einzige Ausstellung pro Monat in einem kundenrelevanten Umfeld ist schon mal sehr, sehr gut. Wahrscheinlich mehr als die meisten wirklich sich vornehmen möchten und auch müssen. Aber du kannst auch gerne zwei, drei solcher Dinge pro Monat umsetzen, falls du die Möglichkeiten hast, auch das alles von der Lokalität her umzusetzen oder du bleibst bei einem. Also du schickst die erste E-Mail raus und du wartest. Du wartest auf eine Antwort. Stunden vergehen, Tage vergehen und du wartest auf eine Antwort. Du schreibst dem Aussteller und bittest um Rückmeldung und du wartest auf eine Antwort. Nichts passiert. In der letzten Episode habe ich genau von so einer Situation gesprochen und ich persönlich hatte solche Situationen auch im Angestellten-Dasein, aber auch jetzt in der Selbstständigkeit und solche Themen tauchen natürlich auch immer wieder bei den Künstlern auf, mit denen ich zusammenarbeite. Deswegen ist es da wichtig, auch einfach mal eine Methode zu entwickeln oder eine Art und Weise zu entwickeln, um mit sowas vernünftig umzugehen, ohne vielleicht auch zu viel Druck zu machen und den Aussteller zu vergraulen, aber gleichzeitig will man natürlich auch eine gewisse Gewissheit. Aber wie kann man vorgehen, wenn bisher keine E-Mail auf Resonanz traf? Ja, und da kommen wir zu dieser Zauberfrage, die ich jetzt auch schon angekündigt hatte in der letzten Episode. Die wird dir hier Abhilfe schaffen. Das Spannende ist, sie ist nicht mal eine direkte Frage, sondern, naja, was ist sie denn? Ja, sie bringt dir auf jeden Fall Antworten und das sehr, sehr schnell. Also, mal angenommen, dein Aussteller meldet sich selbst nach mehreren E-Mails zum wiederholten Male nicht, dann schickst du ihm eine einzige E-Mail und die wirklich genau so. Nicht anders. Betreff, Frage, Inhalt, es scheint so, als wären sie nicht an einer Zusammenarbeit interessiert. Punkt. Wenn bereits ein engerer Kontakt stattfand und es nur noch um wirklich Kleinigkeiten geht und diese Person sich aber trotzdem nicht meldet, dann kannst du auch ein bisschen, sagen wir mal, intensiver werden. Beispiel. Betreff, Frage, Inhalt, es scheint so, Komma, als hätten sie unsere Zusammenarbeit aufgegeben. Punkt. Kein viele Grüße, kein geben sie mir kurz Bescheid, kein mit freundlichen Grüßen, bla bla bla. Einfach dieser eine Satz mit einem Punkt und keinem Fragezeichen. Einem Punkt. Wir Menschen sind sozial dazu programmiert, falsche Eindrücke über uns und unser soziales Verhalten zu korrigieren. Das ist in uns drinnen. Warum? Weil wir früher unser Überleben, weil früher unser Überleben davon abhängig war. Weil wenn wir als asoziale Menschen wahrgenommen werden, dann wird natürlich niemand mehr mit uns zusammenleben, geschweige denn zusammenarbeiten oder befreundet sein. Das war früher, gerade im prähistorischen Zeitalter oder als wir Menschen angefangen haben, mit uns gegenseitig irgendwie so miteinander zu arbeiten, da war das natürlich notwendig, damit man sich auf jemanden auch verlassen kann. Heute führt es dazu, wenn man eben so einen Satz dann rausschickt, dass eben solche Sätze einen entweder dazu animieren, das richtig zu stellen, viele haben einfach auch sehr viel um die Ohren, oder sie bestätigen deine Beobachtung und lehnen ab. Und wenn sie gar nicht antworten, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Person es nicht wert ist. Weil wenn du jemanden hast, der nicht darauf antwortet und du genau diese Beobachtung ihm quasi so darlegst und da nichts zurückkommt, dann ist entweder was ganz Schlimmes passiert in der Welt dieser Person oder du bist ihr einfach völlig egal. Deswegen ist das schon mal ein sehr guter Filter. So weißt du wenigstens sehr schnell, ob es sich lohnt, auch an diesem Kontakt festzuhalten. Wichtig ist, bitte mach dich nicht emotional abhängig von einer Ausstellungsmöglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, sich auf Augenhöhe zu begegnen, gemeinsam etwas Tolles zu erschaffen und vor allem bekommt die Person, wenn du das vernünftig machst, natürlich auch Werbematerial von ihrer Lokalität. Lokalität, das kann sie für Instagram nutzen, für YouTube, für Facebook, für alle möglichen Werbeplattformen. Das ist nicht ohne. Damit kann man schon einiges schaffen, auch als Lokalität. Denn eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, geht es darum, Raum für eine Erfahrung zu schaffen, ob online oder offline, wo vor allem für dich und deine Traumkunden diese sechs magischen Worte auch erklingen. Diese sechs Worte, die wir als Kunstverkäufer auch hören wollen. Und zwar, das ist wie für mich gemacht. Das ist wie für mich gemacht. Diese sechs Worte willst du haben. Und diese sechs Worte kann man schaffen mit einer Erfahrung, die eben die Kunst dann in einem sinnvollen Kontext dann auch wiedergibt, in einem Kontext dann auch präsentiert, der berührend ist vielleicht oder vor allem die Gedankenwelt, das Kunden auch anspricht. Aber wenn wir uns dieses ganze Konstrukt jetzt mal anschauen, diese ganze Vorarbeit, die geleistet wurde, dann geht es jetzt nach diesem Okay, lass uns anfangen, einfach nur noch um Details. Und diese Details, die möchte ich jetzt gerne mit dir noch gemeinsam durchgehen, damit wir da auch nichts übersehen. Die eigentliche Arbeit liegt in der Präsentation und in den Vorgesprächen. Das kannst du dir jetzt schon mal merken. Die Präsentation, das vorzubereiten und die Vorgespräche vernünftig zu führen, das ist ganz, ganz wichtig. Beim Aufbau können dir meinetwegen Freunde helfen. Das Video lässt du von einem Studenten aufnehmen und meinetwegen auch schneiden für ein Hunderter. Mehr solltest du dafür nicht ausgeben. Fang schon mal bei 50 bis 70 Euro an. Lass dir da auch einfach mal ein Portfolio zukommen, damit du dir auch einen Eindruck machen kannst von der Arbeit und von den Fähigkeiten dieser Person. Dann hast du nämlich einen guten Überblick und dann kannst du da auch einen Ausblick darauf geben, dass noch weitere solche Projekte in Aussicht stehen. Und dann kann der Student oder wen auch immer du da auch engagierst, dann, naja, freu dich in die Zukunft blicken und es dann natürlich auch motivierter, das richtig gut zu machen. Für die Ausstellung empfehle ich dir QR-Code neben den Kunstwerken, die auf deine Website verweisen. Da kannst du über den QR-Code meinetwegen den Namen des Kunstwerks nennen und alle weiteren Informationen quasi über den QR-Code, aber keinen Preis, ja, keinen Preis, sondern die Leute sollen eben über diesen Link, über diesen QR-Code auf eine Seite kommen, die genau darauf ausgelegt ist, alle wichtigen Details und vor allem auch alle interessanten Details für den Kunden darzulegen, darzulegen, die für ihn notwendig sind, um eine informierte Kaufentscheidung zu fällen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst auch gerne eine eigene Seite für die Veranstaltung erstellen, würde ich dir auch empfehlen, auf deiner eigenen Website und diese mit diesen ganzen relevanten Informationen füttern und über diesen QR-Code verlinken, so wie ich es eben gerade auch schon gesagt habe. Vergiss aber bitte nicht, diesen Link auch zu tracken. Wie kann man das machen? Mit so einem sogenannten Link-Shortener wie bit.ly beispielsweise, B-I-T-L-Y. Dann kannst du dann den Link zu dieser Seite auf deiner Website, die diese Veranstaltung beispielsweise beschreibt, die Kunstwerke auch vorstellt und Preise und so weiter, dass man diesen Link dann bei bit.ly eingibt und dann kriegst du diesen Link, diesen Bit.ly-Link und aus diesem Bit.ly-Link machst du einen QR-Code. QR-Code-Generatoren gibt es, wir sind da mehr. Da einfach diesen Link eingeben und dann kriegst du diesen grafischen QR-Code und den druckst du dann da einfach auf diese, auf Papier oder was auch immer du nutzt, um das dann darzustellen. Ja, das heißt jedes Mal, wenn da jemand Interesse zeigt und da drauf klickt oder drauf scannt und auf die Seite kommt, wird dann auch registriert, aha, da ist gerade ein Scan, wurde ein Scan durchgeführt und du kannst so deutlich einfacher nachvollziehen, ob etwas funktioniert oder nicht. Es ist nämlich auch wichtig herauszufinden, lohnt sich es dort überhaupt auszustellen oder nicht. Weil Ausstellungen, die sehr, sehr gut laufen, die haben im besten Fall sehr, sehr viele Scans. Wenn dann aber keine Verkäufe stattfinden oder auch keine Anmeldungen für den Newsletter, das würde ich dir auch empfehlen, dass du auf dieser einen Seite dann auch unten beispielsweise darauf hinweist, dass alle verfügbaren Kunstwerke mit Preisen und so weiter in dem Katalog dann auch verfügbar sind. Wenn da dann auch wenig Anmeldungen stattfinden, aber viele QR-Code-Klicks, dann kann es vielleicht am Preis liegen. Es kann vielleicht auch an der, ja, Darstellung der Kunstwerke auf der Seite auch daran liegen. Ich würde dir auch immer empfehlen, diese Seite, die du erstellt hast, auf dem Handy sich auch erstmal anzuschauen, weil die Leute werden sich das auf dem Handy ansehen und wenn das schlecht formatiert ist oder unübersichtlich, dann werden die Leute natürlich sich das nicht lange anschauen. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass jemand von der Ausstellung ein Video macht, mehrere schöne Fotos schießt und im besten Fall jemand dann auch diese Betreiber der Örtlichkeit interviewt. Das kann meinetwegen auch ein Büro sein, das kann ein Restaurant sein, je nachdem, wo du das Gefühl hast, dass deine potenziellen Kunden ein- und ausgehen oder wo deine Kunden arbeiten. Das kann natürlich auch etwas sein. Das muss aber auch nicht kompliziert sein, dieses Interview mit diesem Betreiber. Es reicht auch eine einzige Frage, weil man will ja da nichts, man will ja da nicht so eine riesige Produktion draus machen. Welche Fragen kann man stellen? Also zum Beispiel, was ist die eine Sache, die Sie an dieser Kunst besonders begeistert? Das könnte eine Frage sein. Oder wie hat sich die Atmosphäre Ihrer Lokalität, Ihres Büros, Restaurants, Ihrer Agentur verändert, seitdem diese Kunstwerke dort hängen? Könnte auch eine Frage sein. Oder wie stimmt die Botschaft der Kunstwerke mit Ihren persönlichen Werten oder das Ihres Unternehmens überein? Da kann man auch einiges rausziehen und raushören. Und je nachdem, was im Vorgespräch auf besonderes Interesse gestoßen ist, kann man da dann natürlich auch die interessanten Themen rausziehen oder rausarbeiten oder aufgreifen, damit die Aufnahme dann auch später mehr Wirkung hat. Lass aber auch gerne den Betreiber selbst aussuchen, welche dieser Fragen er beantworten möchte. Das sei ihm auch selbst einfach überlassen, weil dann hast du wirklich auch einen authentischen Zugang. Höre besonders gut hin, auch bei den Vorgesprächen. Und da muss ich dir auch nochmal sagen, das ist sowas von wichtig, diese Vorgespräche nicht als notwendiges Übe zum Abschluss, für den Abschluss zu sehen, sondern da hast du die Möglichkeit, sehr viel darüber zu erfahren, in welche Richtung du langfristig gehen möchtest. Vielleicht kannst du auch in diesen Vorgesprächen den Betreiber entlocken, wofür er vielleicht eine besondere Vorliebe hat, was in seiner Vergangenheit, nicht die Vergangenheit, aber was er in seiner Freizeit gerne macht. Also Dinge, die er gerne tut, um sich die Zeit zu vertreiben, wofür er eine besondere Leidenschaft hat. Greif diese Dinge auf und bedanke dich dann am besten mit einer Kleinigkeit ein paar Tage nach der Aufnahme des kleinen Imagevideos, einfach um zu zeigen, hey, ich habe dir zugehört und diese Kleinigkeit, auch ein Tipp am Rande, muss nicht teuer sein. Das muss einfach nur eine Geste sein, was Schönes, das irgendwie mit dieser Leidenschaft zusammenhängt, mit der Gedankenwelt deines Kunden, mit deinem Aussteller kann. Der Aussteller kann dann später natürlich auch zum Kunden werden, was auch hin und wieder passiert, aber dass du einfach ihm zeigst oder ihr, ich höre dir zu, ich habe gesehen, was für dich wichtig ist, ich habe es verstanden und hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Irgendwann, am besten gegen Ende der Veranstaltung, kommt nämlich noch die Frage aller Fragen, die allerwichtigste Frage, sind sie zufrieden und glücklich mit dem Verlauf der Ausstellung? Die eine Frage, die man auch am Anfang stellen sollte, bei Vorgespräch, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich das auch schon erwähnt hatte, aber eine Frage, die du immer stellen solltest, wenn du mit jemandem zusammenarbeiten möchtest, ist, was muss passieren, damit unsere Zusammenarbeit ein voller Erfolg für sie wird? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil du möchtest natürlich auch Erwartungen balancieren in einer gewissen Art und Weise, aber wenn du die Erwartungen deines Kooperationspartners nicht kennst, dann wirst du ganz sicher in die falsche Richtung gehen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, vorher das herauszufinden und darauf auch anzuknüpfen und darauf hinzuarbeiten, sodass die Person auch glücklich ist mit dem Verlauf der Ausstellung. Und wenn man dann am Ende genau diese Frage stellt, dann kommt entweder ein Ja, also falls ein Ja dann kommt, darfst du gerne dann auch die Angel auswerfen, mit der Empfehlungsfrage, die ich dir gleich dann auch präsentieren möchte. Und falls nein, dann ist es deine Möglichkeit, auch nochmal nachzujustieren, zu fragen, was kann ich denn besser machen? Das würde mich sehr interessieren. Ich bin sehr daran interessiert natürlich, dass die Zusammenarbeit im Positiven dann auch verläuft und dass sie auch glücklich sind. Was hätten sie sich denn anders gewünscht? Dass man da auch nochmal ein bisschen drauf eingeht. Aber mal angenommen, er sagt ja, weil du alles beachtet hast, was in der Vergangenheit, in den vergangenen Podcast-Episoden auch angesprochen wurde, dann kannst du die Angel auswerfen mit dieser Empfehlungsfrage, die ich auch gerne den Künstlern empfehle, auch bei Ausstellungen, auch bei Verkäufen. Kennen sie zufällig eine einzige Person oder eine Person, die Interesse an meiner Kunst haben könnte oder die genauso Freude an meiner Kunst haben könnte wie sie? Ja, da musst du natürlich dann abwägen, hat die Person wirklich große Freude dran. Also gerade bei Verkäufen ist es sinnvoll, dann die Frage auch zu stellen, jemanden, der genauso Freude daran hätte wie sie, damit man da auch einfach mal die Kriterien ganz klar definiert und aber auch den Fokus auf eine Person. Kennen sie zufällig eine Person, die Interesse an meiner Kunst haben könnte? Weil diese eine Person ist entscheidend. Lass dem Betreiber auch bitte nachdenken, weil eine Person wird dem sicherlich einfallen. Falls ja, dann frag gleich mal nach, wie man den Kontakt herstellen kann. Lass es nicht so im Raum stehen. Also bitte, bitte knüpft daran an und finde heraus, wie man da den Kontakt gleich herstellen kann. Lass dir bitte diese Chance nicht entgehen, denn im Idealfall hat der Aussteller wenige Momente zuvor bestätigt, dass er eben glücklich und zufrieden mit der Zusammenarbeit war und warum sollte er dir jetzt nicht entgegenkommen wollen? Das ist einfache Psychologie. Das setzt natürlich ein gestärktes Vertrauen überhaupt voraus, einen gewissen Rapport, wie man auch gerne sagt. Und wir empfehlen eben auch nur Leute an unsere Freunde weiter, denen wir vertrauen. Und mit dieser Aussage hat er das genau so demonstriert. Deswegen nutzt dieses Momentum, weil genau da kannst du auch Aktion motivieren, zum Beispiel eine Nachricht oder sowas oder Kontaktdaten. Aber bestehe bitte darauf, dass er oder sie den Kontakt herstellt und dir nicht einfach irgendwie eine Adresse herlegt. So eine E-Mail-Adresse. Schreib den mal an. Das ist nichts, weil du hast keinen Vermittler. Du brauchst einen Vermittler als Vertrauensbeweis, damit diese Person dann sagt, hey, ich habe da einen Künstler oder eine Künstlerin, die hat bei mir ausgestellt, macht eine grandiose Kunst und ich bin mir sicher, dass dir das auch gefallen würde, dass man da den Kontakt herstellt. Wenn jemand dir aber nur eine Adresse hinlegt, dann kannst du natürlich auch den introvertierten Künstler machen und sagen, wissen Sie, es fällt mir nicht so einfach, auf Menschen zuzugehen, vor allem wenn ich sie gar nicht kenne und vielleicht können sie mir da ein bisschen unter die Arme greifen, indem sie den Kontakt herstellen. Das würde mir sehr viel bedeuten. Und dann wird die Person, wenn sie ein Herz hat, dir natürlich dabei helfen. Natürlich steigt dadurch auch die Chance, dass du überhaupt empfohlen wirst, wenn du im Vornherein dieses positive Zugeständnis einholen konntest. Also wenn du einfach so fragen würdest, ja, kennen Sie da jemanden, der meine Kunstinteresse hat, dann wird wahrscheinlich die Chance sehr, sehr niedrig sein, dass diese Person dich dann natürlich auch weiterempfiehlt. Wenn du aber diese erfolgreiche Zusammenarbeit ins Gedächtnis rufst, dann oder in die Gegenwart quasi bringst, dann ist die Chance natürlich größer. Bei dieser Ausstellerei ist natürlich noch wichtig, eine Sache im Blick zu behalten. Und zwar etwas, das nicht nur Künstler und Künstlerinnen komplett vergessen, sondern auch Unternehmer. Vor allem auch Unternehmer, die gerade neu angefangen haben, die wollen einfach Geld verdienen. Ist ja auch logisch, man will profitabel sein. Aber die Frage aller Fragen, gerade wenn man in einer kreativen Branche ist und viel Kundenkontakt hat, ist, will ich überhaupt mit solchen Leuten arbeiten? Das heißt, lerne diese Leute kennen. Gerade auch die Aussteller, die Leute, die dort sind, auch mal da vor Ort zu sein, ist gar nicht schlecht, wenn diese Kunstwerke dort hängen, sich mit den Gästen und mit den Kunden zu unterhalten. Sei dir bewusst, dass diese Leute deine Kunden sein könnten. Willst du für diese Menschen Kunst machen? Bist du dir wirklich sicher? Das ist wirklich wichtig. Ich empfehle dir da auch, einen Kundenavatar zu erstellen und dir zu überlegen, wie würde dein idealer Kunde aussehen? Welche Wünsche und Träume und Sorgen hatte? Welche Stärken hatte? Was bewunderst du an deinen Traumkunden? Nicht jeder Kunde ist ein guter Kunde. Indem du diesen Kontakt dann auch aktiv suchst und noch aktiver und interessierter zuhörst, wirst du Klarheit auch über die wirklich wichtigen Themen deiner Kunden erhalten und das macht natürlich auch deine Kunst deutlich bedeutsamer und effektiver in der Art und Weise, wie sie dann auch eine Wirkung erzielt. Ja, wir dürfen auch in der Kunst mal beginnen, dem Ganzen eine Wirkung zuzuschreiben, einen gewissen Zweck zuzuschreiben. Ich weiß, da draußen gibt es immer noch diese alte Garde, diese alten Kunstexperten, die davon sprechen, dass Kunst keine Bedeutung haben darf. Wenn man sich die wirklich bedeutsamen Kunstwerke des letzten Jahrhunderts anschaut, dann hat jedes dieser Kunstwerke in irgendeiner Art und Weise Bedeutung. Und wenn wir uns Banksy anschauen, der zweifelsohne zu Beginn seiner Karriere immer wieder als, ja, nicht als Künstler bezeichnet wurde, sagen wir es mal so, und jetzt quasi den Kunstmarkt dominiert in seiner Art und Weise, wie er ein Narrativ auch schafft mit Kunst, dann muss einem in irgendeiner Art und Weise doch klar werden, dass Bedeutung und Sinn wichtig ist. Kunst ohne Sinn ist sinnlose Kunst. Deswegen, es ist hier auch an der Zeit, dem Ganzen ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen, ein bisschen mehr Wirkung und mit Absicht an eine Arbeit ranzugehen. Bedeutet nicht, dass man verkopft Kunst macht, sondern dass man aus dem Herzen heraus sich entscheidet, welche Wirkung will ich hinterlassen? Deswegen ist es hier auch die Frage, will ich mit diesen Menschen arbeiten? Wenn ich Leute kennenlerne in so einem Kontext, dann ist es immer eine Frage der Harmonie. Resoniere ich mit diesen Menschen oder eben nicht? Deswegen habe ich ja auch Bewerbungsverfahren für die Ikonenschmiede Akademie, um primär herauszufinden, passt diese Person überhaupt in dieses Ökosystem der Ikonenschmiede Akademie. Einfach von der Art und Weise, wie sie denkt, wie sie Kunst sieht und so weiter. Deswegen, es ist wichtig, auch diese Fragen zu stellen und interessiert zuzuhören, um auch einen Nährboden für weitere Projekte und zukünftige Verkäufe zu schaffen. Wiederhole diesen Ablauf jeden Monat, am besten, wenn du wirklich so aktiv auch unterwegs sein möchtest. Halte Kontakt mit mehreren Örtlichkeiten zur selben Zeit und komm bitte niemals in die Situation, dass du glaubst, du bräuchtest diese eine Ausstellung unbedingt. Mach dich davon frei. Suche auch vielleicht die Möglichkeit online, dich zu vermarkten, meinetwegen über Pinterest, über YouTube, Instagram ist auf einem absteigenden Ast. Also generell Meta, ich glaube, dieser Schritt in die Virtual Reality war ein bisschen zu gewagt. Bleibt zu beobachten, was damit, bleibt abzuwarten, was damit wirklich dann passiert. Aber ja, Pinterest, YouTube, Instagram kannst du als Portfolio-Tool nutzen, aber bitte verschwende nicht deine ganze Zeit, damit irgendwelche Reels zu erstellen, weil die bekommen meistens nur mit richtig Budget dahinter auch Reichweite. Und dann hast du auch so ein schönes Zusammenspiel aus Offline und Online. Ich möchte dir jetzt noch einen wichtigen Tipp zum Schluss dann auch mitgeben, mehrere Tipps vielleicht. Also das ist eigentlich ein Tipp, den ich immer wieder mitgebe, auch gerade, wenn man Ausstellungen hat oder wenn man Leute ins eigene Atelier einlädt. Etwas, das ich auf jeden Fall empfehlen kann, dass dir auch dabei helfen wird, später eine große, eigene Ausstellung auch zu organisieren, zu der auch Leute kommen. Also es geht ja auch darum, vorher zu wissen, wenn man eine Ausstellung betreibt, also eine eigene, große Solo-Ausstellung, vorher sich sicher zu sein und zu wissen, dass dann auch wirklich viele Leute kommen. Und mit dem Tipp, den ich dir jetzt geben werde, wird das hoffentlich für dich auch zur Realität. Also, produziere zu jedem Kunstwerk schöne Postkarten. Ja, dass du ein Kunstwerk hast, produziere davon 20, 30 Postkarten, schnüre dann Pakete aus fünf Postkarten, natürlich unterschiedliche, ja, also von unterschiedlichen Kunstwerken. und wenn du auf einer Ausstellung jemanden kennenlernen solltest, der Interessent sein könnte oder du den Kontakt aufrechterhalten willst, dann mach folgende Taktik. Das ist eine ganz einfache Taktik. Steck der Person deine Visitenkarte zu und sag, schick mir deine Postanschrift per E-Mail, ich habe ein kostenloses Geschenk für dich. Und wenn die Person antwortet, kannst du dir schon mal sicher sein, dass die Person auch wirklich Interesse hat an deiner Kunst. Ob sie jetzt kauft oder nicht, ist jetzt erstmal irrelevant, aber erstmal Interesse zu zeigen, ist schon mal der erste Schritt, ja, überall ist es gleich, ja, in zwischenmenschlichen Interaktionen, in der Partnerschaft, wie auch immer, überall geht es erstmal um anfängliches Interesse. Ist kein Interesse da, dann kommt es auch nicht zum Kauf, kommt es auch nicht zur Kooperation und so weiter und so fort. Wenn die Person dir antwortet, dann schickst du ihr eins dieser Pakete mit einer handgeschriebenen Karte dann auch zu. Handgeschriebene Karte, du kannst irgendwas ansprechen, dass diese Person dir vielleicht erzählt hat, irgendetwas, das eben darauf hinweist, dass du zugehört hast. Ja, zuhören ist ganz, ganz wichtig im Marketing. 80% des Marketings ist Recherche, also 80% ist zuhören. So, warum das Ganze? Warum solltest du jetzt irgendwelche Postkarten schnüren und die wegschicken an irgendwelche Leute, die eh nicht kaufen? Das wirst du dir wahrscheinlich jetzt, diese Frage wirst du dir wahrscheinlich gerade stellen? Naja, es ist ganz einfach. Jetzt hast du vor allem eine weitere Adresse eines Interessenten. Es ist ein Interessent, interessiert sich für deine Kunst und du hast eine weitere Adresse, eine Postanschrift und dieser Postanschrift kannst du immer wieder eine Nachricht schicken, eine Postkarte zuschicken. Zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu Ostern, zu Silvester, zum Weltkunsttag, zu welchem tollen Tag auch immer kannst du eine Karte losschicken. Nicht um zu verkaufen, sondern eben um einen netten, ehrlichen Gruß zu hinterlassen und vielleicht auch mal hin und wieder den einen oder anderen zu dir ins Atelier einzuladen. Das ist Kundenbindung. Kundenbindung entsteht dann, wenn man wirklich die Person immer und immer wieder mit dem konfrontiert, dass man ihr zuhört. Dass man ganz genau Acht gibt darauf, was die Person einem erzählt hat. Weil ich sage dir mal eins, die meisten Menschen haben nicht die Möglichkeit, einfach so darüber zu reden, was ihnen wichtig ist. Den meisten Menschen wird nicht zugehört. Und wenn du ihnen einfach ein offenes Ohr gibst und ihnen zuhörst und das auch noch referenzierst in einer handgeschriebenen Karte und ihr alles Gute fürs neue Jahr wünscht oder ein selige Weihnachten oder viele schöne Kunstwerke zum Weltkunsttag, dann wirst du dich wundern, was passiert. Und zwar Verkäufe. Ich würde es nicht machen mit dieser Absicht, dass du Verkäufe dadurch erzielst, sondern es geht darum, sich eine Liste aufzubauen mit Menschen, die sich für deine Kunst begeistern. Und da kann eine Person dabei sein, der du seit fünf Jahren vier, fünf Postkarten im Jahr schickst und nichts passiert. Und im fünften Jahr wirst du weiterempfohlen von dieser einen Person, von der du nicht wusstest, dass sie ein großes Netzwerk an einflussreichen Menschen um sich herum hat. Und diese eine Person sitzt dann irgendwann mal bei einem Abenddinner mit irgendeinem Politiker oder mit irgendeinem sehr erfolgreichen Unternehmer oder was auch immer und empfiehlt dich und nimmt diese Karte raus und gibt sie weiter. Und auf einmal passiert das, was man sich eigentlich wünscht und zwar entdeckt zu werden. Aber dieses darauf hoffen, entdeckt zu werden, kannst du dir vorstellen, ist jetzt nicht so die Strategie, die ich empfehle. Aber damit kannst du aktiv dir ein Ökosystem aufbauen aus Leuten, die wirklich Interesse an dem haben, was du halt auch machst. Und wenn du mal so eine große Solo-Ausstellung, also eine richtige Ausstellung organisierst, dann hast du eine ganze Liste an Leuten, die gerne vorbeikommen würden. Also Postkarten. Ganz, ganz einfach. Apropos, wenn es um deine Traumkunden geht und du jetzt noch nicht angemeldet bist für den Newsletter, den ich hin und wieder rausschicke, dann geh mal auf ikonenschmiede.de, um dich für unseren kostenlosen Crashkurs anzumelden, indem du kostenlos erfährst, wie du deinen Traumkunden in unter 15 Minuten mit Google findest. Das ist wirklich sehr, sehr simpel. Wenn du dich für den Newsletter dann auch anmeldest, dann wirst du als Erster von dem Release unseres 30 Tage Mindset Audio Trainings erfahren und die Chance erhalten, das Training für 24,95 statt für 79,95 zu erhalten. Und das sind sage und schreibe über 65% Rabatt für eine begrenzte Anzahl von Käufern. Deswegen, wenn dich das interessieren sollte, das Thema Mindset, jetzt so gegen Ende des Jahres, da hat man auch mal ein bisschen Zeit, vielleicht auch mal die Gedanken schwelgen zu lassen und in das neue Jahr mit einem neuen Mindset, mit einer neuen Philosophie zu starten, dann melde dich am besten an für Newsletter. Ende November, Anfang Dezember sollte es released sein. Du merkst vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein bisschen heiser. Ich hoffe, der Podcast hat dir trotzdem gefallen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei mit diesen Ausstellungen, jetzt ist die beste Zeit, um auch Kunst zu verkaufen. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und ich kann dir aus Erfahrung sagen, Januar, Februar sind sehr, sehr, sehr gute Monate, um Kunst zu verkaufen. Also wenn du jetzt vorhast, dein Marketing richtig zu starten, dann schaffe es, deine Website noch vor Jahresende online zu bekommen, Newsletter und den ganzen Kram. Setz dich hin, opfere meinetwegen auch die Wochenenden, damit du da richtig gut aufgestellt bist und dann im neuen Jahr kannst du richtig loslegen. Also, danke fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche in der nächsten Episode und ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst. Bis dann.